Hallo, ich bin Raphael von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Heute geht es um Karakaya Talk, beziehungsweise darum, dass der WDR Karakaya Talk abgesetzt hat. Die Sendung von unserer Schwester Esra Karakaya und all ihrem tollen diversen Team. Ich finde es unglaublich, dass der WDR diese Entscheidung getroffen hat, weil gerade jetzt, gerade nach Hanau, solche Räume, öffentlich-rechtliches Fernsehen, wo wir, People of Color, nicht-weiße Menschen, sprechen können, gehört werden, ihre eigenen Perspektiven besprechen können und nicht nur über sie gesprochen wird. Ich habe die Schnauze voll von Talkrunden in ARD und ZDF, wo Leute über Menschen mit Kopftuch sprechen, über Menschen mit Migration sprechen, über Menschen, die nicht Christen sind, über Menschen, die nicht weiß sind. Ich will, dass wir selber sprechen können, dass wir selber gehört werden, denn wir selber sind Teil von diesem Land. Und deswegen, WDR, mach Karakaya Talk weiter. Wir schicken dir einen offenen Brief. Wir sind dafür, dass es weitergeht. Ansonsten protestieren wir. Ansonsten machen wir einen Skandal daraus. Weil gerade jetzt, nach Hanau, kann es nicht sein, dass solche Räume eingeschränkt werden. Deswegen schreibt mit mir zusammen diesen Brief, druckt ihn euch aus oder nehmt die PDF, klickt drauf und schickt ihn in eurem Namen an den WDR ab, sodass Jörg Schönenbaum mal merkt, dass er sowas nicht einfach machen kann, ohne dass es Konsequenzen gibt. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.